Tja und die sagt gerade das zu mir, so wie sie will, herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, Kirstie. Es ist eigentlich ein Pferd, was von hinten normalerweise geritten wurde. Jetzt haben wir heute mal mit Absprache vom Trainer die Order. Kann man das mal probieren? Und hat geklappt. Ja, mit vier Pferden kann man es probieren. Was mir aufgefallen ist, sie hatte von Beginn an aber ein richtig flottes Tempo drauf. Ich hatte die schön am Gebiss gehabt. Die hat mir eigentlich das Tempo vorgegeben, was die so schön gehen konnte in ihrer Galopade. Und das hat die auch mit Steigerungen hoch dann durchgezogen. Schön lang gemacht. Man hat auch gesehen, natürlich die Kondition, die Queen Josephine im Vergleich zu der Arme im Bauch hatte, ist sicherlich auch ein Vorteil. Das ist auf jeden Fall so. Also ich muss echt sagen, die sieht auch viel, viel besser aus, viel stärker. Und das hat die, die deswegen konnten, die das auch durchstehen. Sibylle, Interviews mit dir. Du weißt es, ich liebe es. Es geht zurück Richtung Absattelring und hier sind sie nochmal mit Jubel aus der VIP-Loge.